Konari und Blutvergießen in der Kirche. Der Sohn des... Das alles wird sich nicht einsetzen. Ich kann mich nicht rühren! Ich kann mich nicht rühren! Ich kann mich nicht rühren! Ja! Oh, 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 oh. Was ist das für mich? Ich werde es für dich beendet. Das bringt das Blut in dir. Ich kann euch dabei helfen. War schnell erledigt. War schnell erledigt. War schnell erledigt. mir zu trinken bestellen. Und wer ist wohl der Vater? Oh, ihr Kleine. Was ist denn jetzt schon wieder? Hork, der Arishok gewährt zwei Flüchtigen Unterschlupf, die zum Kuhn übergetreten sind. Er muss davon überzeugt werden, sie gehen zu lassen. Dank Patrice fürchten ihn die Leute ohnehin schon. Wenn jetzt auch noch der Eindruck entsteht, er könne sich über das Gesetz stellen... Ich brauche eure Hilfe, damit die Dinge nicht außer Kontrolle geraten. Ich werde sterben. Na also, jetzt habe ich eure Aufmerksamkeit. Ich habe ein echtes Problem. Moment. Wovon sprecht ihr? Erinnert ihr euch an die Reliquie? Die wegen der Castillon mich umbringen will? Ein Mann namens Schielaugensam hat sie. Wenn ihr mir helft, sie in meinen Besitz zu bringen, wird Castillon mich nicht töten. Ich bitte euch. Ich versuche zu verhindern, dass sich die gesamte Stadt gegen die Kunari zusammenrottet. Nun ja, es gibt da vielleicht eine Verbindung. Wie bitte? Ich sage nur, dass uns die Reliquie vielleicht weiterhilft. Für irgendjemanden ist sie vielleicht wichtig, nicht wahr? Auf einmal fand ihr an, verantwortungsbewusst zu werden. Verdammt. Das klingt nach einer Angelegenheit für euch und möglichst viele eurer Gardisten. Einen ganzen Trupp zu schicken, würde die Spannung nur noch verstärken. Aber ihr habt recht. Ich bin der Hauptmann. Ich trage die Verantwortung. Allerdings hat der Vicon vermutlich gehofft, dass ich mich in dieser Angelegenheit an euch wende. Dann hätte er selbst kommen sollen. Vielleicht. Aber es ist verständlich, dass er momentan nicht in bester Verfassung ist. Ich würde ihm gerne helfen, wenn ich kann. Wir müssen diese Angelegenheit mit der Reliquie klären, bevor wir uns um die Kunari kümmern. Ihr vertraut ihr wirklich so sehr? Vermutlich nicht. Ich würde es jedenfalls nicht tun. Sie werden nicht ewig im Areal abwarten, Hork. Ich hoffe wirklich, das hier hilft uns weiter. Denn wenn nicht... Denkt ihr etwa, mir macht es Spaß, ständig an dieses Ding zu denken? Kommt schon. Die Übergabe findet heute Nacht in einer Gießerei in der Unterstadt statt. Seid ihr euch da sicher? Der Champion wurde gebeten, zu den Kunari zu gehen? Ich nehme an, ihr denkt, sie hätte das alles geplant. Wenn man bedenkt, wohin es geführt hat. Ach, kommt schon, Sucherin. Ich will Horks Licht nicht unter den Scheffel stellen, aber niemand hätte vorhersehen können, wie es sich entwickeln würde. Oder denkt ihr immer noch, ich lüge, um meine Freundin zu schützen? Einige Elemente eurer Geschichte ergeben Sinn. Und ihr hättet ansonsten nichts darüber wissen können. Da bin ich aber erleichtert. Das heißt jedoch nicht, dass ihr mir auch alles erzählt. Ich will, dass diese Geschichte erzählt wird. Ihr seid nicht die Erste, die eine völlig falsche Vorstellung hat. Ich glaube, so viel bin ich Hork schuldig. Willkommen zu Hause, Risse. Keine Angriffe, keine... Es ist äußerst angenehm, Meister Anders. Der große Turm im See ist... Es ist lustig. Oh, anzügliche Zeichnungen an den Rändern. Werdet erwachsen, Isabella. Werdet erwarten. Ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017